Neben Dominic Thiem ab 14 Uhr gegen Alexander Zverev sind heute in Paris auch zwei Österreicher im Doppel-Einsatz. Oliver Marach und Partner May Pavic treffen ab 11 Uhr im Viertelfinale auf das kolumbianische Duo Juan Sebastian Cabal und Robert Ferrell. Leiftika größer als größer als größer als als dritte Partie auf Court 1 ist das Viertelfinale von Alexander Peja und Nikola Mektik gegen Ron Bopana. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. Punkt.